x hallo und schau dabei bist wir spielen eine runde jump league ja ich bin richtig scheiße und ich denke mal das wird sich jetzt w tf was ist das ach so oder das ist ja ach komm ernsthaft alter das ist das ist dreckig weil man also damit hatte ich nicht gerechnet das egal das ist gar nicht so schwierig eigentlich okay perfekt ich bin wahrscheinlich richtig scheiße ich habe kein minecraft gespielt und die sache ist ich bin jetzt erstmal für eigentlich eine woche weg aber ich bin halt sozusagen zwei wochen weg weil das sich ein bisschen sozusagen überschneidet schon fast geht doch und ja deshalb bin ich jetzt am vor produzieren und wisst ihr was geil ist ich bin morgen weg also für euch wahrscheinlich heute und ich bin gerade um 30 und nach hause gekommen so ungefähr wenn du bisschen früher sein ja ist natürlich schön wenn man für zwei wochen vor produzieren möchte dass man erst mal um 30 nach hause kommen ich sie richtig müde aus das ist auch die einzige folge mit facecam beim pvp-part werde ich sie auch ausblenden tja gg einfach nur gg und jetzt versuche ich noch mal hier halbwegs was hinzubekommen weil das ich ja auch feuerwerk bla und deshalb sind meine augen hardcore im arsch ich gucke wahrscheinlich wie so ein behinderter chinese aber egal wird schon wird schon werden so bitte nimm die ich hasse mein leben wir sind aktuell vorletzt letzter weil wir bei modul drei hängen die anderen haben schon 50 prozent geschafft wie immer so jetzt haben wir das auch mal ohne hinten hier wieder runter zu fallen und ja ist es ist das nicht schön eines ist nicht so wir versuchen jetzt relativ schmuf durchzusprinten ich denke das wird trotzdem nicht so einfach die anderen wir auch zu holen das modul ist ein bisschen blöd weil es so 1 2 springen wie ich gerne mal verkacke ja voll verplant alles nicht so geil aber egal ich habe alles wieder zehnmal so ihr da ja ich habe noch mal versucht vielleicht was dann der gott quali zu machen denke mal das hat nicht gut funktioniert aber egal also ich habe versucht minecraft wieder ein stück schöner zu machen ich benutze auch wieder das glp texte pack weil warum nicht mit dem das macht halt diese qualität maßen mit ja meiner familie ja auch nichts besseres zu tun als die treppe hohen runter zu laufen vielleicht kann ich es rausfiltern vielleicht auch nicht und ja es ist halt auch jetzt alles an cut wenn ich überhaupt schaffe vielleicht nehme ich einfach mein laptop mit und nehmen dann immer ein urlaubsvlog auf oder so schneit es dann im hotel und kacke weil das internet wird wahrscheinlich so ungefähr ein megabyte die sekunde download und 0,1 kilobit die sekunde upload haben nein ich bin so ein stück scheiße und ja deshalb sind scheiße gerade dass ich scheiße bin aber das ist nichts neues in jamplik ich hätte glaube ich jetzt auch an mich viel aufnehmen oder aufnehmen können ja das ist scheiße jetzt kommen bitte einfach stehen bleiben springen stehen bleiben nicht stehen bleiben und zack zack dicker ich habe meine brillen weg ist nein ich wollte eigentlich ein cooles intro machen naja egal dann eben kein cooles intro so ok diesmal nicht wie ein behindertes stück hurensohn xinzau natürlich voll toller spielmodus unterfallen so ich müsste lernen meine sätze auch zu beenden ja egal wer braucht er braucht satz ende wer braucht ausrufezeichen komma und sonne noch alles gleich lassen kann ich habe noch keine geile brustplatte sagte ok jetzt kommen wir ganz gut durch zwei module first try das modul ist natürlich ein bisschen doof also das war früher richtig schwierig aber ich glaube die haben es geändert weil das sitzen oder es ist überhaupt egal ich bin glücklich dass ich gerade bis jetzt noch so gut durchkommen sagt wie wurde es geht eigentlich schon wie es geändert wisst ihr ob die das geändert haben schreibt es mal hinein ist mir relativ egal ob die das geändert haben ich spiele den modus e praktisch nie aber jetzt ist er gerade ziemlich praktisch weil mehr als gute wo muss ich hin da und hier hoch an die leiter das geht eigentlich so ordentlich das wohl kenne ich schon aus german let's plays parts und ich habe mehr als keine lust darauf zwei minuten elf noch zeit zum rumspringen vielleicht nehme ich auch mal try jump auf habe ich ja auch bei german let's play man kann sich alle formate inzwischen abgucken ja dann dann bringe ich auch demnächst so nix noch hier dass das super dass das mega talent bringe ich jetzt auch ist auch demnächst neues format wie einfach das geht die beschweren sich über modul 9 glaube ich die ganze zeit im chat geht mir im arsch vorbei weil ich nun lacht nicht schaffe ja ist doch ist doch super alles oder es ist alles super und warum habe ich kopfhörer auf warum habe ich kopfhörer auf gute frage wir klären es bei x faktor das unmögliche ja green screen habe ich nicht sonst hätte ich jetzt irgendwelche komischen effekte eingeblendet hopp geht doch dann wo die kiste ist also es heißt ich hasse meine leertaste auch bei der neuen tastatur ich glaube es liegt nicht an meiner leertastung sicherlich sein diese tastatur hat 1000 megahertz das heißt die taste ziemlich schnell ab und man kann zehn tasten gleichzeitig drücken und die reagiert trotzdem noch das heißt es liegt nicht an der tastatur also alter ich hätte so easy darüber springen könnte ich habe die kiste ich habe eine eisenbrustplatte ja geil ähm oh nee komm ey man kann ein modul nicht hässlicher machen oder man kann es nicht hässlicher machen übrigens wenn ich es verkackt habe mit dem winkel schon wieder dann werde ich auch diesmal keine facecam automatisch drin haben ich glaube nämlich sie ist schon wieder zu tief und das ist ein bisschen scheiße weil dann sieht man immer nur hier so mein kopf und dann ist der rest abgeschnitten und ich habe auch diesmal ran ja ich habe an gesucht oh gott ja okay aber wir haben ganz gute sachen noch bekommen weil ich am ende noch ganz gut gesprungen sogar ähm also es geht voll der sollte tot sein jo was hat der denn für ein aimbot drin ein halbes herz fuck er hatte noch ein pfeil aber er hat zwei pfeile an mir verbraucht passt ähm ich kann jetzt die kamera ausfahren alles ausschalten wenn sie überhaupt irgendwann mal gelaufen hat ich hoffe einfach mal weil ich habe eigentlich jetzt ausgemacht dass sie sich ausschalten es sind so viele so weit gekommen ne die sind alle besser in pvp auch noch als ich kleine wichskinder lol wie schnell war der denn jetzt tot ja der rückt mich auch noch geil ich habe vergessen dass man eine regen bekommt hä alter der ist aber entweder hart am hacken oder hat die beste range die ich jemals gesehen habe aber das war ein bisschen abnormal na egal ähm 9 minuten 30 part ich habe keine zeit zum cutten deshalb ist es jetzt ein kurzer part ist mir aber auch egal weil ihr müsst den scheiß her gucken nicht ich äh ja es ist ein bisschen verplammt gerade alles und was weiß ich schaut einfach meine videos tschüss ihr realistisch Bis zum nächsten Mal.